ja leute und weiter geht's ich habe mich entschlossen doch noch ein bisschen zu spielen es lässt mir doch keine ruhe zum reha raum für patienten bitte halten sie das protokoll ein also so ah das ist wieder ein fahrstuhl höhlen fahrstühle und so was das ist überhaupt nicht mein ding na gut wir haben überhaupt keine jetzt lass mich doch in loben die weg na hallo alles ruhig warte genau cool verschwindet da drüben irgendwo müssen die waffen herkriegen oder na was ist mit ihr ihr schaut euch das an wo ist der lichtschalter verschwindet das ist ja alles voll mit leichen ich hoffe die wir nicht lebendig mit dieser krücke könnten wir kann man die nehmen verschwindet das ist heftig überall blut krankenhaus blut und ein speicherpunkt ja ja da wird einmal gespeichert das denke ich doch einmal ja okay so wo kommen wir da weiter da müssen wir rein verschwindet was ist da schon wieder kurz einmal umsehen bevor die uns wieder packen das das waren die sanitäranlagen schaut so aus ja also das design ist cool das was er spielt er mit der wasserleitung okay ja Wir sind Isaac Lass mich in Ruhe Wo kriegen wir jetzt die Waffe her? Ah, auf geht's Das nützt ja nichts Wir müssen ja durch Danke Was Verflickst Was war denn das für ein Ding schon wieder Ich kann da gar nichts anders tun Verschwind Hinter mir Nein Na Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan entdefindet, werden noch mehr Menschen sterben Nicht eingeschlossen Nicht, wenn Sie meiner Route folgen Da ist doch was faul Scheiße Was ist mit dir los? Na komm Was steht da? Teleknetische chirurgische Bindung aktiv Deaktivieren Ja, wenn es da steht Was machst du jetzt da? Weiß nicht Mit Chinese packen Ziele und drücke B Um lose Objekte zu packen Okay Mit Chinese werfen Halte mit Chinese und drücke dann rechts tief Ja, okay Okay So, wir müssen da jetzt Da ist aber eine Klasscheibe Aha, alles klar Das ist jetzt schon wieder Uh, uh Nah, aber Das ist ja So, wir müssen da jetzt Ungekommen Suf Das ist ja So Anh mob Hallo 윤 Hallo 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 코 Quier Ciao - Und? Wo sind die Nächsten? Na, Schande über mich. Das wird immer heftiger. Seht euch an, wie es da aussieht. Ja, hallo. Zum chirurgischen Observationsbereich. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. So, Medibag, klein aufheben. Und wir erhöhen unsere Gesundheit. Na gut. Ja, da bin ich ja gespannt. Scheiße, ich muss das Ding fallen lassen. Tunico, gar shields mein Dr. Sieh! Ich hab ein Dr. Sieh mit auf康各 foreground. Und du werd auch in Glönier, da bin ich nicht noch so. joke! ? Das war ja wir, ich bin��니다. Das ist nicht möglich. Oh, weh ja weh. Aha, und wie komme ich da jetzt vorbei? Schande. Wo habt ihr meine Spiele? Da, da gibt's doch was. Warte, er steckt da drin, den krieg ich ja gar nicht. Leute, mir verschlägt es ja total die Sprache. Da geht gar nichts. Ah, ein Splitter. Schau mal, ob das was nützt. Schmarrn. Ich kann nix hauen, ich kann nix werfen. Oh, ja. Leute, da ist ein Speicherpunkt. Gut. Also. Ich werde in mich gehen und noch einmal darüber nachdenken, ob ich das weiterspielen will oder nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr ja, dann macht ein Abo, wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Und ja. Ich glaube, so viel Spaß haben wir bei dem Spiel ja nicht. Weil ich weiß, ich werde jetzt schon tausend Tode sterben, allein wenn ich das Spiel und im Spiel so oder so. Also. Ne, Kredits. Fuck. Aber dennoch. Wir machen hier einen Schnitt und ich wünsche euch noch einen guten Tag. Euer Toso. Ciao.